Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu Zelda, Breath of the Wild. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Nur ein bisschen. Aber ja, ich bin ein bisschen, 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 bisschen sehr aufgeregt. Halt die Fresse, Mensch! Ein ödes Mistding. Ruhe da! Ich bin ein bisschen, bisschen cool aufgeregt. Äh, Aldiweil, Schloss Hyrule. Und ich habe jetzt auch echt diese blöde Krogmaske abgestellt. Damit das Viech die Fresse hält und ich unsere Erinnerung suchen kann. Und nicht mich ständig von irgendwelchen Krogzappeleien ablenken lasse. Upsala. So tief wollte ich dann doch nicht. Na? Findest du mich nicht? Spassi! Get wrecked! Sehr schön. Okay. Da ist ein Krater. Und, ups, da sieht mich einer. Was ist hier drin los? Nur Bogen. Das ist aber schade, Link. Wie sie alle glänzen. Ist einfach alles, die Königsbogen sind. What? 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 Der hat einfach einen Leunen gespawnt. What the hell? Der ist einfach einen Leunen rausgekommen. Krasser Scheiß, Mann. Was ist das? Au! Hi! Das ist so unglaublich. Deine Mama. Ich meine, er ist zum Glück nicht besonders stark, aber what the fuck? Hi. Zizzle. Fick dich, Mann. Ja, ich hab das E-Bild, ne? Au. Au. Selbstverliebtheit tut so weh. Fuck you. Ach, Zimme. Ja. HP hat er trotzdem, ne? Läunenherz, bitte. Na? Weil Elektropfeile sind geil. Kiste. Ich sage, da fällt so ein Läuner aus der Decke. Ich glaube es nicht, ey. Ist ja unglaublich, der Scheiß. Boah, jetzt regnet es hier auch noch. Sexy. Und da sind ein paar Wasserfälle. Das ist cool. Die kann ich... doch bestimmt... ja. Die kann ich hochschwimmen. Wasserfälle hochschwimmen ist geil. So, hi. Schön, Regen. Oh, oh. Lauf, lauf, lauf. Hier darf ich doch bestimmt. Hi. Zweiter Wall. Okay. Krasse Scheiße. Oh. Fuck you. Ah. Okay, der haut ein bisschen mehr auf. Kacke. Dann essen wir mal was. Hm, 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 hm. Au. Äh. Das ist toll, dass jetzt Post kommt. Au. Ich muss an der Stelle schneiden. Was ist auch ein bisschen mehr auf sich. Ich weiß, ich muss an der Stelle auch mal was, aber ich kann nicht mehr auf den Ballen verliehen. Oh, es gilt das. Wie ist das? Toll, dann ist das verfickte Paket nicht mal für mich Ach ja, richtig Auf die Fresse bekommen Das erfülle ich ja auch sehr gut Boom Was bist du denn hier Oh, wow Und er nur so Fick dich, Mann, ich mach jetzt auf Monster Hunter So, das Schild behalte ich 55 mit Abwehr 55 mit Abwehr hoch 55 mit Haltbarkeit Äh, ne, Moment Hä? Achso, nein 55 mit Haltbarkeit und Haltbarkeit ab Dann nehmen wir doch den da Ist okay Oh Okay, okay Okay, chill, okay, alles klar Was möchtest du gerne tun? Verstehe So So, vielen Dank Gib mir was Cooles Leunenherz 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 Geil So Ist der Scheiß hier Was ist denn das? Ey Oh, danke Eine Kiste Und ich höre sogar das Geklimper von so einem Krog Antiker Pfeil Sexy Ah Oh Da sind die Augen Fui Danke sehr War mir eine Freude Äh Ah Schrecklich sowas Schrecklich sowas So, jetzt kann ich aber hier hochklettern Hi Na? Yeah Ich hab dich auch gern So Cool Ah, okay Da seh ich doch die ganze Zeit noch was Schön, einfach mal random in die Luft schießen Okay Dann können wir weiter Ich frage mich nur Ich frage mich nur Wo soll ich hin? Erstmal da raufklettern Ich will mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen Oh Stopp Shit, stopp Kiste wichtig Cool Daroks Schirm ist jetzt einsatzbereit Sehr schön Daroks Schirm wichtig Ah So Wer Jetzt fängt einer an Mich hier abzusnipern Na Hörst du auf Gut Wo ist der Burgfried Zu dem ich will Wo ist er Beziehungsweise Obwohl Ich Moment Ich bin schon Ich bin schon ziemlich In der Nähe Von dem Scheiß Da Muss Äh Okay Der links ist noch so ein Türmchen Schwierig Türmchen Dach Pavillon Pavillon auf Absatz Das ist Sehr schwierig zu deuten Wer der da vorne Sieht mich Entdeckt mich jetzt Während ich da oben Auf dieser Spitze Aber schaut mal Haha Hi Ja Ui ne Shit So Hier kann man mit arbeiten Wo ist diese Erinnerung Wo ist diese Erinnerung Urbosas Zorn ist bereit Entfesselt zu werden Danke Ich hab nämlich Null Checkung Wirklich null Checkung Wie hoch Wo das Liegt Das ist Es ist ziemlich doof Aber irgendwas Ich Ganz im Ernst Ich möchte da hochklettern Das geht bestimmt Oder Ich möchte da Ich möchte da schon gerne hochklettern Ähm Da sehe ich vor allem auch ein paar von diesen Wasserfällen Kann ich hier reinzoomen Auch nicht so Okay Okay Mies Das ist ziemlich scheiße Doch Da 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 Ähm Ich versuch's euch mal Okay Doch Ich glaub ich hab's Äh Und ich versuch's euch mal zu zeigen Indem ich mich ein bisschen drehe Äh Ja Mein Pfeil zeigt gerade fast drauf Ein Tacken weiter links So Fünf vor zwölf Wenn ihr wollt Da Glaub ich Das ist ein sehr kurzer Pavillon Auf so einem Endklippen Dingsi Das heißt Ich muss auf den Weg Wo mein Äh Ich muss auf den Weg Wo mein Pfeil gerade drauf zeigt Und Ach der Pavillon Ah Verstehe Der Pavillon Der stand nur mal Zumindest da der Das heißt Ich muss jetzt Ist auch scheiße Habe ich Ja Ich werde jetzt Versucht Ich werde versuchen Den Hauptweg Lang zu gehen Hier Von mir aus Zu gleiten Damit der Ruhe mich trifft Perla Na come Bop, 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 bop. Da zielt schon der Nächste auf mich. Das ist der Hammer! Kannst mich mal, Junge. Hi. Hopp. Komm, mach weg den Sch... Danke. Elender Schmuh. So, ich sollte mir vielleicht, falls ich getroffen werde, mal so langsam meinen Antikabwehr-Dingsi anziehen. Okay. Ja, mit dem Fliegenden, da habe ich jetzt natürlich auch gar keinen Bock, mich auseinanderzusetzen. Lauf, Link, lauf. Aber das ist jetzt doch schon wieder ein bisschen zu viel des Guten, oder? Nein. So, geh mal da hoch. Oh Gott, ist das doof. Oh Gott, ist das doof. Wo ist meine Erinnerung nicht? Steh auf, komm! Wo ist meine Erinnerung? Ich will nur diese letzte Erinnerung haben! Dann muss es da links sein. Dann muss es weiter... Ja. Dann muss es weiter links sein. Okay. Next try. Aber jetzt haben zwei von diesen Drecksviechern mich auf dem Korn. Ich mach das hier rüber. Stunt. Geil. Du scheißviech, ey. Du... Du... Du scheißviech, ey. Fuck. Cool. Soweit. Ja, aber ich muss hier unterbrechen. Aber... Wow. Also, mir macht's... Mir macht's echt Spaß. Sagen wir mal so. Alright, Leute. Liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich werde mich dann nächstes Mal... ...weiter der Suche nach dieser Erinnerung widmen. Blank out. ...ü, okay. Ich mache mich doch... Vielen Dank.